Puh, ich kriege Panik, Alter. Gutes Item, gutes Item. Chemical Appeals. Damage up. Hmm, naja. Ist jetzt kein schlechtes Item. Wir sind mal wieder Two-Face. Es ist zumindest das, was ich haben wollte. Und zwar mehr Damage. Hallo. Hallo, jetzt müssen wir nur noch zielen. Oh, es geht ja noch weiter nach unten. Klar, der Shop fehlt hier auch noch. Oh Gott. Warum laufe ich da eigentlich immer rein? Die schießen schon schräg. Wie doof bin ich eigentlich? Wieder, wieder fast reingedrann. Ah, ich hoffe einfach, dass im Shop ein Herz ist. Ja, vertan sprach der Hahn und stieg von der Henne. Äh, von dem Pferd oder so. Keine Ahnung. Irgendem anderen Tier auf jeden Fall. Ah, vielleicht ist hier ja noch was. Ja, Coins, 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 Coins. Ja, natürlich ein Level-End-Dings-Up, ein Live-Up. Geile Sache. Da will man einmal im Leben ein paar Coins haben und das kriegst du Live-Up. Ist jetzt nicht verkehrt. Sage ich ja nichts gegen, aber... Ah, really? Und ich finde ja, diese Löffelabdrücke auf seinem Kopf sind einfach nur göttlich. So, wir haben null Bomben, einen Schlüssel, bisschen Damage ab und zweimal Live. Ah, wir hätten, es kommt Piep oder so eine Scheiße. Ah, toll, dieser Fliegeltyp. Und stirb, ja? Natürlich fliegt er da nicht rein. Und es werden immer mehr fliegen. Haben wir dem überhaupt schon irgendwas abgezogen? Boah, Starlum, Baby, Starlum, Starlum. Nooo, gut, dass wir den Pilz haben. And another round. Ich hasse den Typen, ey, weil der die ganze Zeit diese explodierenden Pissviecher spawnt. Und ich nicht ausweichen kann. Aua. Tja, ich glaube, weiter als hier wird's... Oh, 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 wobei, wobei, wobei? Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ne, mit Gott hat das nicht mehr viel zu tun. Ohohoho. Ohohoho, gerettet, gerettet. Wir haben uns gerettet. Ich weiß noch nicht wie, aber wir haben es geschafft. Ich weiß, dass es knapp war. Und der Kleiderbügel. Tier ist ab und weiter nach unten. Alter Falter. Ich sollte das nicht mal wegdrücken. Verpwned by Vita. Alter, das war richtig knapp. Na, ich hab das natürlich nur so knapp gemacht, äh, damit wir es spannender haben. In Wirklichkeit. Äh, treffen wir auch, oder? Links. Yeah. Moment, Moment. Ah, naja. Ich meine, es ist einer halb down. Sogar ganz down. Und der zweite ist jetzt auch weg. Bombe, 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 Bombe. Ja, das... Nee, erstmal gucken wir uns noch ein bisschen um hier. Immer mit der Ruhe. Hallo. Ah, ein kleiner Teufel. Naja, manchmal sind da ganz nützliche Items drin. Und manchmal eine Trollbombe. Fuck you. Nach rechts zu gehen hat sich ja richtig gelohnt. Erstmal das Herz hier einsammeln. Zack. Und dann einfach mal auf gut Glück hier eine Bombe setten. Kein Glück haben. Wie immer. Hallo. Oh Gott. Komm mal her, du leuchtendes, komisches Teil. Das wird nicht gut ausgehen, Vita. Vorsicht. Pille. Egal was es ist, ich werde sie benutzen. Es ist Tiers ab. Ich wünsche mir eine Bombe zum Geburtstag. Scheiße. Scheiße. Warum steht immer die Sau auf, ey? Wieder der. Du willst du sterben, was? Uah, haha. Vielleicht nicht unbedingt da. Komm so schnell, gib doch ein wahrer Let's Play hier nicht auf. Willst du mal bitte wieder hochkommen? Ja, und das Herz ist in der Mitte. Gale Sache. Ja, sind die Kronomikon. Toll. Voll. Mehr Damage. Und wir sind tot. Wir sind mausetotot. Facepaam. Hauptsache, wir laufen jetzt mal ins Feuer. Ganz ehrlich, ich brauche eine Pause vom Binding of Ice. Geht ja gar nicht, ey. Ein Leben verballert, ins Feuer gelaufene, verdammte, verdammter Scheiß.